Musst die Nummer sein? Ja, muss es! Guten Morgen! Guten Tag! Alles gut, ihr Jan? Mich kurz zu motivieren, check ich kurz die Kommentare vom letzten Instacup21-Video. Danke für 50% Werbung, 40% freizügige Frauen und 10% nochmal Werbung, aber dieses Mal fürs eigene Produkt. Und genau deswegen startet am 24.11. die Black Week bei Ola Kala. Bis zu 70%. Sei kein Lelik, hol dir unsere App und shopp dir einen ab. Frau hat mich verlassen und die Kinder mitgenommen und ist gestorben und ich musste Insolvenz anmelden. Das alles war nicht so schlimm wie dieses Video hier. Wie geht es jetzt? Unfassbar, oder? In meiner Sammlung gibt es noch keinen Mann mit dem Namen Tom. Gibt es hier welche? In ihrer Sammlung, Leute! Man kennt das! Ich kenne jemanden, der Tom heißt. Die ganze Nummer ist nur problematisch, weil der Typ ist, sag ich mal, am Arsch. Zinpumliebe, 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 Zinpumliebe. Die Koffe du kannst in deine Sammlung hinzufügen. Ich würde sagen, wir gehen unvoreingenommen in den nächsten Clip. Wie verblödet muss man sein, Karl S. schlecht zu finden? Dieses Mh. Im Hintergrund, die ihm so leider zustimmen müssen, weil sie ja zusammen im Podcast sind. Wie verblödet muss sein, um Karl S. schlecht zu finden? Mh. Und er denkt sich einfach nur so dicker, was schnappst du für den Schein? Wie dumm und wie fehlgeladet ruf es man sei. Jeder, der Earl Cass schlecht findet. Ist verblödet. Das Gute ist, wir finden Earl Cass nicht schlecht. Wir finden ihn einfach nur lächerlich und deswegen sind wir auch... Karl, wir machen hier nur Spaß. Ich bin mir ziemlich sicher, das nächste Multilevel-Marketing zündet. Christliche Musik kann nicht hitten. Tauft mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Wir tragen es weiter, bis jeder es weiß. Jesus, der rettet wir alle... Das ist ein Heavy-Hitter. Und liebe Leute, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir haben neulich unseren ersten eigenen Duft Neighbors Cherry released. Und darüber sind wir natürlich ziemlich stolz. Und naja, marketingtechnisch sind wir natürlich noch ganz am Anfang. Und da habe ich mich entschieden, einfach mal mit euch gemeinsam ein paar Profis beim Parfum-Marketing zuzuschauen. Und mir vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen zu können. Schatz, bist du es? Mar... Wieso abzuflexen ist nicht so mein Stil? Moment mal ganz kurz. Haben wir bisher ein Inscope an uns 20 Video ohne Tri-Hast, die freizügigen Content machen und bisher keine mehr? Mein Name ist Nikolas Lazzarides, bekannt als einer der wohl wichtigsten Überlelex am Finanzmarkt. In meiner Karriere ist es mir gelungen, mehrere Milliarden Euro zu verwalten, bis folgendes passierte. Ich wohne einfach wieder bei meinen Eltern daheim, okay? Weil es gerade Probleme gibt. Doch zwischenzeitlich stehe ich mit beiden Beinen im Leben und investiere mein Geld erfolgreich bei Trade Republic. Herr Lazzarides, schön, dass Sie es heute zu uns geschafft haben. Wir freuen uns natürlich, dass Sie auch ein Portfolio bei uns haben. Ich habe eine kurze Frage an Sie. Wie würden Sie sich verhalten? Sie haben ein wirklich schönes, gutes, großes Portfolio auf Trade Republic, haben jetzt die Möglichkeit, das Geld weiter zu investieren oder sich einen GT3RS zu kaufen. Was machen Sie? GT3RS. Doch Geld investieren ist nicht das Einzige, was zählt. Auch das Geld ausgeben soll richtig gemacht werden. Und hier kommt unsere Mirror Card zum Einsatz. Einmal bezahlen bitte, genau. Trade Republic Card, natürlich. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Lelleck Card? Sie haben nicht die Trade Republic Card! Jetzt ist es ja... Wollen Sie mir erzählen, dass Sie so Lelleck haben unterwegs sind? Sei kein Lelleck und hol dir jetzt die Trade Republic Mirror Card. 1% aller Kartenzahlungen werden automatisch in einen Sparplan deiner Wahl investiert. Also eine Art Cashback. Und gleichzeitig kannst du 3,25% Zinsen auf dein Guthaben bekommen. Trade Republic. Geh mit der Zukunft oder bleib ein Lelleck. Ihr dachte ja nicht wirklich, dass die Nummer heute mit normalen Mitteln abläuft, oder? Digga, und ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch es mitbekommen hat, aber die Lochis, die sind tatsächlich seit neuestem echter geworden. Seht euch mal, dieses heftige... Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Man sagt doch einfach, dass du mich liebst. Was hast du schon so lange nicht mehr? Du weißt, dass ich es tut. Ich weiß gerade gar nichts mehr. Die Lochis, das ist ja super, dass wir heute wieder... Alles klar. Ich freue mich auf den nächsten Fast and Furious in der Hauptrolle mit den Lochis. Ich habe gerade gefragt, Leute, ob dieser Spoiler hier hoch und runter fährt, wenn das Auto schnell fährt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel PS das Auto hat. Ich weiß über das Auto gar nichts. Ich wollte es einfach nur holen, habe es mir dann gekauft und fertig. Und so ist es bei den meisten Leuten. Kommt mir nicht mit 0 auf 100 und Hubraum und Drehmoment. Es geht um die Präsenz, nicht ums Drehmoment. Und diese Idioten bei Mercedes denken, es hat irgendeine Wichtigkeit davon, ob dieser Spoiler da verbaut ist, wie viel Drehmoment der Wagen hat. Mercedes, ihr versteht es nicht. Es geht um die Präsenz. Motorsport Formel 1 geht weiter mit dem Shit. Es geht um die Präsenz. Raketen, die auf dem Mond landen, mit Technologien Raum anzücken, geht mir weg mit dem Scheiß. Es geht um die Präsenz. Und alle, die Carl S. schlecht finden, ja. Wie dumm und wie fehlgeladet Rufusborn sei. Also, dass die Entwickler von den Autos das nicht verstehen. Bin Theorie damals viermal durchgerasselt. Ehrlich, viermal? Digger, Zaubex, wie kann man so blöd sein und da viermal durchfallen? Moment. Nichts bestanden. Könnt so austicken, Alter. Jetzt darf ich nochmal dahin gehen. Zum fünften Mal. Weil da hab ich gesagt. Ihr gut, das hab ich. Deine Bälle könnten gerade in ihrem Mund sein. Aber du. Kann nicht sein. Ich kaufe ihm das auch jetzt nicht mehr ab, dass das Team das vorbereitet. Es ist der klassische Latzo. Das Team würde jedes Video einfach normal runterladen. Aber komischerweise ist es immer das Screen Recording. Doc, nur weil du kein geiles Team hast, was dir nice Clips vorbereitet, musst du mich jetzt hier nicht wieder als extremen Geier darstellen. Ich hab mich früher immer gefragt, was ich eigentlich werden will. Mittlerweile weiß ich, das Einzige, was ich wirklich werden will, ist gef... Ich hab mich... Ich mein, was hab ich gesagt? Ja gut! Ich hab leider schon etwas länger nichts von Iratsch gehört. Ähm, ich hoffe, bei ihm ist soweit alles in Ordnung. Latsa, reichst du mal vorrang. Ha, 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 ha. Alles in bester Ordnung. Digga, was ist mit meinem Team los? Wo waren die, wo waren die ganzen Frauen? Wo waren die Clips mit den leicht Bekleideten? Also da gibt's nächste Woche im Office einen herben Anschluss fürs Team, weil so kannst du nicht weitergehen. Und jetzt würde ich sagen, verpisst hat sich der Hans letztes Mal nicht. Denn, das Outro hat ziemlich lange gedauert. Und dieses Mal, hm, wird es wahrscheinlich noch wesentlich länger dauern. Ich bin eben mal im Kleiderschrank. Ihr könnt eigentlich schon gehen, wenn ihr wollt. Ähm, ich bin eben mal kurz noch im Kleiderschrank. Ähm, ich bin mal kurz noch im Kleiderschrank. I win more weapon in the air. I win more weapon, I win more weapon in the tonight. Alles Juti. Macht euch keinen Stress, es ist alles völlig tiefenentspannend. I win more weapon, I win more weapon. I win more weapon, I win more weapon. Weapon in the fun, the Friday's mongle, the lion. Jungs, ich bin ready for Pisto. Ich bin ready for Piad frank.